Scheiß Scope drauf, mit so'n Zielsucher. Da genutzt man hier irgendwie ne Waffe zusammenzubasteln, mit der ich hoffe jetzt besser spielen zu können. Willst du nicht mehr den Agenten spielen? Nee, das war so ne Standardklasse. Ich hab ja immer die ganze Zeit was freigeschaltet und wollte noch was eigenes haben. Aber du spielst doch lieber was, von dem du keine Ahnung hast, ne? Ganz genau, ja. Der Monstru. Das ist doch jetzt die Map, die wir als erstes gesehen haben. Hinter uns? Ja, der kam übern Berg hier. Bin beim Nachladen. Bin beim Nachladen. Bin beim Nachladen, ja. Bin leer geschossen. Bin laden. Hab ich mir ganz alleine ausgedacht. Ja, den hab ich schön in den Rücken geschossen. So wie man das macht bei Call of Duty. Weil er schön mit mir beschäftigt war. Was sagen eigentlich die ganzen Leute jetzt, wenn du jetzt Call of Duty spielst? Du bist ein Hurensohn, du bist so schlecht. Ich kann mich noch erinnern, als ich als Playstation Plus Mitglied die Call of Duty Black Ops 2 Open Beta Multiplayer Mode spielen durfte. Das waren so die ersten drei Minuten im Spiel. Voice Chat. Du Hurensohn! Du Hurensohn! Ich fick's nicht. Total geil. So ging das ganze Spiel über. Ich hab den Knopf nicht gefunden, um den Sturm zu schalten. Der war wohl irgendwie nicht drin. Ich schwöre dir, ich geb dir Messer. Wo seid ihr? Oben auf der Brücke. Ach, ich... Maximus am Arisch. Ach, ich kann hier nicht rennen, ey. Das ist zum Kotzen, ey. Oh, ich hab ein Maschinengewehr gefunden. Nein, 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 nein. Ich will immer spotten. Ich will immer spotten. Kommt der Wichter oben rein, ey. Schade. La, la, la. Irgendwer hat hier auch wieder so ein Mikrofon an. Ich will jetzt niemanden mit Namen nennen, der mir tierisch auf den Sack geht damit. Ja. Oh, ich hör's schon wieder piepsen hier. Ja, ich ahne etwas. Ich wette mit euch. Wenn ich jetzt hier rausgucke, werde ich sofort instant... Au! Zerfall gesetzt. Ey, ich treff noch nicht mal. Und Kai von hinten. Und ich von hinten von Kai. Hallo, muss man sagen. Alter. Mann, das wollte ich nicht von hinten. Beinlicher Hunter Killer Drohne unterwegs. Pfff. Kannst mich mal. Killer Drohne am Arsch, ey. Also das wäre keine Physik, aber als die Drohne neben mir explodiert ist, hat sich der Stuhl so gedreht um 360 Grad. Dein Stuhl hat sich gedreht? Ja. Die Wand blieb stehen, aber der Stuhl hat sich gedreht. Das kommt nicht vom Spiel, das kommt von der Grafikkarte. Das hat die Grafikkarte für dich alles erledigt hier. Die sagt nämlich auch, das Spiel ist so hässlich. Ich muss da was tun. Abschuss verwehrt. Das tut sie nix. Alter. Okay. Okay. Zerfall gesetzt. Ja. Das macht man nicht. Das ist nicht ehrenhaft. Es ist nichts passiert, ich habe alle eure Doktags wieder eingesammelt. Genau. Für den Fall, dass die Medizin große Fortschritte macht, gebe ich sie euch wieder. Jim spielt in der Klinik. Ahhhhhhhhhh. Irgendwie geht mir das auf den Sack hier. Geil. Meine erste Abschussserie. Jetzt erst. Ich reiße sie ab so gut nichts. Brauch in die Hände. Maximus findet er dir, es kann nichts passieren. Du zeigst's mir an. Ich bin irritiert von den Windrädern. ich mache das eigentlich auch immer so ich warte bis der jim stirbt und so eine leiche zeigt mir an wo ich hinschießen muss ja ja das ist mir zu ruhig hier ja ich weiß was schießt denn hier unten aua mann ich sterbe die ganze zeit am laufenden band irgend einer hat hier so ein komisches teil aufgestellte echt hört sich an wie ein durchfall warte mal ach so sechs muss ich drücken ich will auch mal ich habe jetzt drohne gezogen ja toll ich dachte du hast gesehen wohin läuft bitte bitte so naja gut ja maximus lauf ja der will ja nicht laufen die faule dinge läuft doch ganz schön breitball ich habe nicht nur ein und dann kommt bei dir so ein bisschen die stange nougat schon mal zum vorschein die stange nougat cremig ne fest so halb so wie nougat normalerweise ist ja aber nougat ist doch mehr so komisch also fest cremig nein alter könnte man von diesem hässlichen geschütz da oben weg gehen das ist ja peinlich so hunter der drohne hat sich diesen namen ausgedacht kann das ist wahrscheinlich bei der englischen übersetzung von terminator eingehen das heißt auch immer noch hunter-killer-drone auf englisch man killed by death ist glaube ich ein song von motor hat die häufigste sterbeursache nach nach dem genuss von weißen mehlbrot was alter man legt mich doch am arsch mit euren scheiß hier heute mal nicht aber wie gesagt es ist nichts passiert ich habe wieder eure doch text du bist so ein richtiger abräumer sohn wie nennt man das schmarotzer hat er hat ganz laut der affen parasit ja endlich habe ich mal ihn sorry aber jetzt kommt der zartfall gesetzt man du gehst nur auf die nüsse aber nur positiv hat mir mit den arsch gerettet monstro da auch da hier ist ein hubschrauber alter das hat die halbe map war gerade rot der hubschrauber das ist geil aus da hinten ist ich bin ich bin der letzte hier ich bin der letzte das letzte das wissen wir schon der fall gesetzt aber irgendwie kommt mir vor dass der typ noch fauler geworden ist der rennt nur noch drei meter ich weiß auch nicht das mir tut schon der finger wie kann man unter dir so weit runter kann ich gucken okay schade ja ich jetzt eine andere waffe ja doch ich weiß nicht wo aber ich finde euch gerade nicht wir sind ja alle toten soll ich auch die taste ändern besser ist das ne ich gehe das jetzt schneller meine dogdecks hey du hast ja in diesem spiel auch gar keine zeit über deinen fehler also deinen tod nachzudenken nein hast du nicht also du brauchst bei dem spiel ja nicht mal minimals nachdenken das ist komplett außen vor gelassen ja du weißt das das bin ich ich bin ja hallo da ist trotzdem einer drinnen der böse ist ich kann mir gut vorstellen wenn ich das hier muss mir zurückbringen wenn ich das video wieder hochladen heißt wieder du bist so scheiße bitte macht kein video mehr bist du ja das bleibt man bei mir auf dem kanal auch bitte spiel nie wieder black op 2 ja ich muss das aber spielen ach man der warum kommst du denn von hinten hab da eins und das von deinem peiniger auch also das ist der der dich getötet hat ja das ist so zur erklärung das muss man erklären heute muss man immer alles erklären da ist ein gegner genau jimpanzer gibt es auch bei google plus und facebook und twitch und wie auch immer das alles den affen gibt es jetzt auch auf facebook google plus twitter und tv und ihr müsst nur auf den link klicken auf link was und nebenwirkungen fragen sie ihren arzt zu analysen die packungsbeilage ja heißt das nicht arzt oder apotheker ja das sind mir so selten medikamente ich bin mir aber nicht so sicher was aber wenn du da mehr erfahrung hast bitte das kommt eben davon wenn man hier black ops spielt da hat man anderes klientel hier auf dem kanal das ist korrekt was jetzt nicht schlechtes heißen soll aber auch nichts positives da spring mal runter wieso wieso ist die runde eigentlich so lang was soll das endlos schleife ich weiß gar nicht wann die zu ende ist immer ende und das war's ich bin zum glück nicht mehr letzter ja ach wir haben es gleich geschafft wir sind bald erlöst aber ich wackele auch rum mit der mit der waffe hier das ist egal was machst du kann dieses dieser also dieser todbringer oder wie das ding heißt hat sich als wenn er durch verletzt das geht gar nicht weil wir gucken jim wo bist du du bist erster dann bist du wirklich unser affenschmarotzer ja sicher ich soll mir die ganzen doktags von euch ein gratis sogar endlich aber ich hoffe jetzt gibt es hier eine rückrunde ich sage nur wer das eine will muss das andere mögen